Nicht, dass ich dir nachmachen will, Lisa, aber ich wollte euch fragen, ob Lissi gut für den Meisterpokal ist, weil ich weiß nicht, ob sie wirklich gut ist, dann mache ich lieber nochmal den Profipokal, damit sie sich eher dran gewöhnen lassen, ja. Okay, eine Runde noch. Danach mache ich auch schon wieder. Okay. Okay, das war's für den Video, damit ich küsse. Okay.